ja hallo freunde hier ist der levis k12 ich begrüße euch zu einer news ja diesmal gibt es mal etwas aus dem hitman reihe umsonst und zwar kann man sich hitman die ersten zwei story missionen eingeschlossen alle zwischen sequenzen zwei eskalations aufträge herausforderungen 17 trophäen ja okay so was nannte man damals noch demo jetzt kann man sich das wohl runterladen die ersten zwei missionen aber interessant für leute die das noch nicht haben ich habe das spiel schon in der collector's edition ausgepackt und auch ein level solid dazu gemacht falls ihr mal reinschauen möchtet wie die grafik so ist hier als model ja er ist ja ein richtig modelliger typ absolut geile grafik freunde teilweise etwas frustrierend für mich zumindest aber vielleicht für alte hitman hasen unter euch interessantes spiel es ist nicht die vollversion klar man zockt halt zwei missionen man kann aufträge machen und bekommt auch trophäen so wie es hier steht und falls euch das spiel interessiert könnt ihr das dann auch vollversion kaufen ist ja in episoden form freunde und das ganze ist 6,5 gigabyte groß ist in englisch mit untertiteln und falls ihr es lieber auf der anderen konsol zocken möchtet gibt es auch für die xbox one also diese mission hier umsonst und für den pc ja freunde das war die news ich hoffe es hat euch gefallen ich sage bis demnächst bye bye bis dahin 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 bis dah